So, willkommen zurück zu The Universum. Warum meine Leute hier außen rumlaufen, ich weiß es nicht. Aber es gefällt mir ganz und gar nicht. Schule. Da werde ich zusehen, hier noch ein Restaurant hinzubekommen. Und eine Lagerstelle. Am Wasserspeicher könnten wir vielleicht auch mal noch den ein oder anderen neuen gebrauchen. Weil die nicht unbedingt so zentral stehen müssen. So, Wasserversorgung. Reicht noch. Nahrung, Nahrung. Hier kommen die Wüste. Grasland. Wüste. Wobei, hier ist so viel Wüste. Komm. Oh Gott, jetzt kommt. Da hinten ein Hurricane. Hier ist so ein Lager. Gasmine, bitte. Lass meine Mine in Frieden. Hürikan ist glücklicherweise, äh, Tornado ist zum Glück nicht ganz so schlimm. Oh Gott. Gasmine. 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 Merke. Form. Reservoir. Ere. Ingenieure. Schule Schule, Ingenieure, Reservoir Komm, bitte hör auf, bitte hör auf Gut Schule steht noch Ingenieur Gasmine steht auch noch Ingenieur Ah, hier Eine Farm Ein Reservoir Zerrissen Restaurant ist noch Schule ist auch noch Komm, da bauen wir Noch einen Brunnen hin Da 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 Wo bist du? Oh Gott Moment, ich heile dich Wachtturm wird schnell gebaut Wasserpumpe Jawohl Dann würde ich sagen Als nächstes Alle Brunnen Verbessern Ach, das habe ich schon In die Wege geleitet Wasserversorgung Automatisch At the best Wachtturm Letzter Schliff Gut Knabberer So wirst du ein guter Wachmann An unserer Grenze An unserer Grenze sein Hatte ich jetzt Ja, hier ist ein Krankenhaus Restaurant Restaurant Hätten wir auch Ich gehe mal auf Eine weitere Gasmine Doch hier oben ist ein Lager Lassen wir das Erstmal So Jetzt Zusehen Dass Meine Leute Oh Moment Jetzt fällt mir grad was ein Sägewerk Das Sägewerk Das kann ich nicht hier hin machen Wow Ist das Scheiße groß So Hier arbeitet Niemand Leute die immun sind Bitte Ich Wohne nicht Das Schlauste Ich Will Noch ein Sägewerk Setzen Das Ist zu weit Wo hatten wir hier Ingenieure gehabt Da Okay da kann ich hier noch ein Sägewerk hin machen Produktion Wasserpumpe abgeschlossen Wasser ist jetzt auf jeden Fall da Und dann machen wir noch eine Holzraffinerie gleich hier mit hin Ein Lager Ein Lager Ein Brunnen Ein Restaurant Und eine Schule Oder Oder Ein Krankenhaus Komm Dann Dann bauen wir auch noch ein Ingenieur Machen wir hier noch ein Ingenieur Oh Gott So viele Sachen Ein neuer Nachbar Wo ist der denn Braha 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 Die sind mir aggressiv Naja Schon okay Oh hier Moment Eine Schule ist fast Schutt Äh Heilung 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 Ingenieur Schulzeit verkürzt Verletz Sorgungsrate Nicht aufgefasst Dass eine Wahl war Mist So jetzt hier Fischerei Da 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 Okay Wenn was in Schutt und Asche Geht Das sollte ich mal schnell Ingenieure suchen Und Bitte alle dieses Typs Verbessern Sofern wir Material haben Oh je Mini So Forschung wäre Durch Da könnte ich mir nochmal Was Neues suchen Auf der Ölpumpe Puh Jetzt schon Moderne Ölhefer Elektrizität Gute Höhe Könnten wir fördern Wenn es sein muss Oh Gott Es wird Winter Ich würde sagen Den überspringen wir nochmal So machen Klein wenig Party Bei unseren Leuten Und es regnet Demnächst kommt Ein Sturm Da hat sich jemand Verletzt Gut Wir heilen mal Ab und an jemanden Da freuen die sich Alle Gucken wir mal Wer ist denn noch so Schwer Verletzt Gott So weit weg Schwer Verletzten Liebe machen wir Jawohl Gucken wir mal Zum nächsten Da 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 Na lo kleiner Oh Gott Heilung Pflanzen sind verdorrt Apropos jetzt Lokale Geschäfte werde ich mal ein bisschen was für die Erholung tun Da 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 Ähm Nicht abstürzen danke Hier im Gebirge machen wir auch ein Geschäft hin So Hier und Ich baue glaube gerade wieder viel zu viel Nuggets Wir brauchen Leute die arbeiten 10 Hier kriegen wir auch noch ein 10 Ups Da bitte sehr Und eins vielleicht hier noch Na Mh Zu knapp So Das passt doch ganz gut Wir pflanzen mal wieder ein paar Bäume Bäume Na die Holzraffinerie dann ordentlich zu tun bald Es wird wieder wärmer Es wird wieder wärmer So Farmen in letzten Zügen Moment Pause Welche Farmen Die sieht gut aus Die auf dem Berg hat noch nicht mehr Da Da haben wir noch nichts entdeckt Oh Gott Hm Welche Farmen eventuell Welche Farmen eventuell Ihr Wie gemacht Gebäude benötigt Кар glue Wir Menschen Träger bạn gut wir beenden dann mal die folge hier tschüss ciao wei wei bis zum nächsten mal